Hallo und herzlich willkommen wieder bei Let's Play Rainbow Six Siege und ja, wir starten direkt in die Runde rein, ähm, es wurde noch ein Spieler zu unserer Ergänzung gefunden, dementsprechend, äh, ist die Runde auch, äh, fast direkt weitergegangen, es waren wenige Sekunden Pause, deswegen entschuldigt bitte, ich trinke mal eben ein Schnelles. einen Schluck, so, und, äh, weiter geht's, Montagne, Twitch the Witch Bitch Ditched School, was soll der Scheiß, warum, was hat es damit auf sich, falls jetzt jemand weiß und versteht, ich wollte krass sagen, an mir kann es jetzt wohl echt nicht liegen, locate a bomb, das Ding ist einfach, es ist, es ist mega dumm, aber es ist einfacher, die ganzen Leute auszuschalten, als die ganzen Bomben zu entschärfen, das ist voll dämlich, aber, mein Gott, drauf schießen, ähm, oh ja, ich bin, äh, fast, ich bin fast richtig, ja, da, 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 10 Sekunden, 5 Sekunden zur Insetzung, verdammt, ja, okay, Made in China, run, so, oh, ja, optimal, haben leider nur eine Bombe entdeckt, ähm, ja, jetzt hätte ich, jetzt hätte ich, jetzt hätte ich für mal gut gebrochen können, vergammte Scheiße, elber, ups runtergefallen ok ich sehe nichts sag mal hast du das gemacht das war doch oh achso ja nicht mehr ganz aktuell die information oh ja 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 hab dich was ist das da oben rechts ich würde die ganze Leute durch hier gehen laufen Oh, Glückstreffer Erklage Sehr gut Die defusern Das ist so geil So und ja letzte runde hatten wir ja heute kommt nicht pors dock ich glaube so ein toller dock bin ich nicht ich glaube dann mache ich doch lieber mute ja doch ja gut es main greggs dad also ich vermute sind meine und uns the drone bat erzähl mir nicht greggs ist greggs mom greggs dad und crazy you are thick ja okay die erste runde war ja schon mal sehr erfolgreich was mich super mega freut ich freue mich echt extrem das könnt ihr euch gar nicht vorstellen heck glaube ich ich will jetzt takkos nein 9 11 9 11 hm ja ach oder ja super ach legt mich da am arsch ach komm verarschen kann ich alleine ich kann nicht schießen ich bin einfach nicht zum schießen mich verkohlen hä ok ich hoffe ich gehe jetzt einfach davon aus dass ihr sie erwischt habt meine tollen kamerados das ist eher ungeil na super ich habe hier meine ecke in der ich mich verstecke sauber hä ich mich verarschen ich war nicht ich verarschen ich bin ich bin also ich liebe es mehr ich bin ich bin ich bin ich wenn du nicht beide bomben deaktiviert wenn einer deaktiviert ist das verstehe ich nicht das verstehe ich ehrlich nicht das hat mir letztes mal also die erste runde das leben gerettet vorbereitungsphase ich glaube es bringt nichts wenn wir alle in dieselbe richtung laufen jetzt raus wisst ihr was leute ich habe bis nach oben ich wollte gerade sagen ich gehe nach oben die bomben sind oben ein zwei dehnungshaar lustigerweise habe ich früher mit dem dehnungshaar immer irgendwie dinosaurier verbunden ist doch auch geil aus oder oder warte das ist schön ja nicht viel besser sieht richtig geil aus finde ich schon wieder an einer ähnlichen stelle der termite 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 i got detected von woher von woher ja Ja. Hoi, hoi, hoi. Oh, toll. Uh, uh, scheiße. Leute, fuck you all. Oh man, ich habe ihn nicht mal getroffen. Weißt du, weißt du, so tschuck. Mann ey, aimbot. Ja echt, aber echt aimbot. Hier, jetzt bin ich aber Pulse. So. A ban for life. Ja. Hate for life. Hier wird wohl kaum was sein. Also ich glaube, wenn was... Seid ihr dumm? Du steckst auch... Nein. Hä? Doch. Ja, Bombe A wurde gefunden. Wie, Bombe A, aber Bombe B nicht, oder was? Op4 hat eine Bombe. Seid ihr bereit für eine hostile Aktion. Jo, krass. Ich bin dafür, dass ich... Das sieht ja keiner. Denke ich zumindest. Bilde ich mir jetzt einfach mal so ein. Survey. Werht nicht. Spießchen. Beste sind ja. Beste sind ja nicht. Der Weg. Das war. Sie müssen diesen Weg es ihr gesehen. Das kann nicht sein Wie kann es sein, dass ich Weißt du, das geil ist, die hat gar nicht Auf mich gezielt, die hat mich Einfach nur per Zufall erwischt Wie viel Pech muss man haben, ohne Witz Mann Komm Nein So viel Glück Kann doch echt keiner haben Weißt du Sie musste nachladen Das kann es nicht sein Das kann es nicht sein Aus einer 2 zu 0 Führung Holen die noch ein 2 zu 2 raus Das kann es einfach Nicht sein Boah, leck mich Am Arsch Nee Nein Down, ja Ey Ach, geh nach Hause Boah Dreh mich nicht weiter auf Ihr seid Wahre Genies Ey Gebehindert oder so Ja Englisch Ich weiß gar nicht, wo es hier überall reingeht Und wo raus, ne Aber Oh, Junge Leute 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 Oh, Fick dich Ey Haben wir Dock? Haben wir Dock? Wir haben keinen Dock Scheiße Vollgemein Einfach mal aufstellen Irgendwo Ja Ja, das habe ich vergessen Letztens Scanning Scanning Oh, mein Gott Oh, mein Gott Wann haben die das in die Luft gejagt Leute Ich hätte Ich war leicht verwirrt Ach, ja Komm Geil Haben wir noch verloren Ey Ach Leckt Mich Am Sack Leckt Mich Am Sack Ey Niederkuss vor dem Ziel Ja Habt ihr gut gemacht Kann man dir einfach nichts anderes Nicht anders sagen Ja Oh Joho Freut mich sehr Alle weg Ja, komm Ernüchternd Hat echt gut angefangen Aber dann so ein Scheiß Weißt du Naja Man kann nicht Immer alles haben Aber das hätte ein Sieg sein können Und müssen Verdammt auch mal Oh, man Naja Ich hoffe, euch hat das gefallen Es war Zumindest für mich Ziemlich spannend Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal Auch wieder rein Wenn es heißt Let's play Rainbow Six Sieg Ciao Tschau 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 Vielen Dank.